Und hoi Leute, wir sind wieder da, also wieder, also ja, ich habe jetzt ein paar italienische Videos gemacht, aber, also ich habe gesehen, dass irgendwie das Deutsche brutal gefallen hat, dann habe ich halt angefangen, wieder Deutsche zu machen. Entschuldigung, dass ich halt alle wechsel, aber jetzt werde ich Deutsch bleiben. Like und Follow, wenn es euch gefällt. Immer mit meinem Bruder, weil mein Bruder ist wieder da. Wir probieren heute, sich zu knacken, die Wins, da, wenn ihr das wie ihr seht. Ähm, Kot. Und nein, wenn du uns. Und nein, wenn du uns. Und nein, wenn du uns. Heins war mal mit der Bruder, mit der Bruder gestert, wie zu sagen, wenn sie grüßen will. Moinsen. Hallo. Das waren meine Nachbarn, sie werden Heins bei meinem Video mitmachen. Und ja. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Stumblegeist spielt, spielt, ob ihr live machen soll. Weil, wenn ihr live machen soll, dann kann ich die mit meinen Nachbarn, mit meinem Bruder und mit eng spielen. Also, ja. Ich hasse denn nicht. Ich weiß nicht, was sie da gerade getan hat, aber ... Ja, die, 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 die. Erzähl, was nicht, wieso die neue ... Eier, Eier. Meine Nachbarn hat mich gerade erinnert, wieso ich oft nicht in Drachen nehme. Ich habe in einem Video gesagt, Drache forever. Ich nehme ihn nicht mehr oft, weil ich möchte jetzt auf die 100 Wins knacken. Drache ist nicht gerade die größte Schwitzer Skin, Try Hard Skin. Aber ich möchte auf die 100 kommen mit der Try Hard Skin. Und dann wäre ich wieder Drache forever. Mein Bruder hat jetzt auch ein bisschen auf die Kamera gespielt. Jetzt werden meine Kleider gegebenen bisschen besser geworden. Er hat dann den Tablet. Und da ist... Schreibt in die Kommentare, welche Mapbank am meisten gefällt. Welchen gefällt ihr am besten? Mir persönlich und meinen Nachbarn Blockdash. Weil Blockdash sind die beste Map der Welt. Weil... Cool. Das ist halt alles total cool. Okay. War nicht gewählt, das werden. Aber... Ich bin ein Unfänger. Ich habe nicht darauf geachtet, dass... Beim Videoschneiden... Ich halte das Handy aus, was ich nicht schalte. Ich habe meinen Code eingeben. Und ich habe mich alle meinen Code sehen. Und ja, wenn es nicht genug ist, dann war der 1210 120. Das ist mein Handycode. Aber ich schließe, sag es niemand. Ja, das hat glaube ich... Ja, das haben glaube ich viele gehört. Aber ja, das ist egal. Das ist das Finale. Boah. Der Rohr kommt hoch. Ist das die beste Reihe Finale? Ich oder... Oder Blockdash. Ist das auch immer noch weiter. Wie viele Blockdash Eugen verbest? Ja, ich bin schon. Bin der Erste? Oh mein Gott, Appa. Komplett schreit. Komplett schreit. Komplett schreit. Komplett schreit. Also, man kommt so hoch. Ich bin scheiße. Das habe ich nicht gut gemacht. Aber ich glaube, ich kann es nicht mehr einholen. Ich kann es nicht mehr einholen. GG. Ich bin ganz ein guter Spieler. Ich kann es nicht mehr einholen. Erste Runde. Voll. Voll geschissen. Aber ja, mein Bruder muss ich in der Gruppe machen. Wenn es wählt, dass ich einen Creator Code mache. Oder... Äh, meine Nachfrainer gesagt, ob ich den Namen von meinem Bruder sagen will. Er heißt Raphael. Schreib mal in die Kommentare, ob ich Fortnite-Videos machen soll. Ich kann es nicht mehr. Fortnite, Roblox, Brawl, Clash. Ich kann alles weg. Das machst du. Kannst du auch voll geil. Das macht man. Das macht. Raphael, lass mich gut. Nein, nein. Nein, nein. Also nein. Nein, nein. Oh, nein. Ach nein. Was? Ich kann es nicht mehr. Raphael. Nein, nein. Nein, nein. So, das... Wie benutzt du das nicht? Ach nein, ach nein Nein, nein Rissen Ist dir im Rissen Ok Wie so, wie meine Tinder unde Oh mein Gott Ok, gut Also wenn ihr es seht In den Ufo mache ich immer Profil Aber... Ich bin ein Ufänger Ist das ein Boots? Wemals kann er sich in alle Mitglieder geben Oder wie gerne? Wohl kann ich nicht Also wenn... Also ich sagen kann Bitte, danke Und nicht Weil die Boots ist mit keine Angsthumpen Bei dem Absatz Bei dem Absatz Weil zum Schluss Hupfen die nicht Die hupfen nicht Qualifizieren sich nicht Rennen einfach... Einfach... Irgendwohin Die hupfen einfach ein Und ich sehe schon Ich bin behindert, danke Ich qualifiziere mich nicht Ich qualifiziere mich nicht Und du hast ja gerade gesagt Bitte, bitte Wie mich qualifiziert und was sind Mein Bruder ist Wie die Hupen sind Wie die Hupen sind Du hast ja gerade gesagt Ich bin ein bisschen Ich bin ein bisschen Das ist ja gerade Es ist nein Nein Na, na. Die Villeca piste, da piste noch. Na, vas, sjehn. Villecy jetzt im Blasen. Er ist nämlich Braden- A piste le also. Ja, und du Zehn. Es gibt Momente, da muss man halt ein bissel trollen, wenn ich sie jetzt nicht trifft bin ich scheiße. Ah, Klingfurt, Klingfurt. Nein, hier haben die Polscher. Ja, hier haben die Polscher noch gemacht. Oh, 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 oh. Mann, Mann, Mann. Ja, ich muss das auch machen. Okay, jetzt lasse ich mir einen Moment schauen, ob mein Nachbar irgendwie ein guter Enkel unterstützen kann. Ah, okay. Hallo. Der Papa ist halt jetzt gerade gleich essen gegangen. Wir sind gleich wieder. Scheiße, ich bin da oben hier. Ist egal. Okay, Finale, mit meinem Bruder. Dein Bruder bin ich jetzt. Wieso gibt's den den Map? Wieso gibt's den? Er hat mal kurz den Tablet gesehen. Ich finde den Map cool. Aber im Finale. Ich glaube, es ist bald die neue Season. Tiktok reden sie alle über den Magma-Twitter. Also wie ich das gesehen habe, finde ich das Magma-Ding nicht schlecht. Ich finde es voll geil. Ich finde es voll geil. Voll geil. Voll geil. Voll geil finde ich. Okay. Voll geil. Wir haben einen Wind, sag ich dir mal. Ich dachte, es ist ein Wart. Es ist ein Wart. Es ist ein Wart. Let's go. Machen wir noch eine Runde. Und dann... Glabilosis. Das ist ein kurzes Video, aber... Ich probiere halt, Denka-Malch zu unterstützen. Ich muss oft einmal halt kurzere Videos machen. Sagen wir mal Familienprobleme. Ja. Nein, nicht Familienprobleme. Aber ja. Wie gehst du die Nomen sagen? Ja, von mir aus. Thomas die Tomate. Julia. Okay, gut. Ich hoffe, man hat es gehört. Das ist so süß. Also, Thomas sind die mir hier. Ich glaube, man hat es gehört. Ja. Vor mir ist ein Vieh hier. Das hat der Vieh nicht getan. Wenn man Bura fühlt sich allein... Wuh! 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 Ich bin zu Goga! Wuh! 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 Der hat auch ein paar Leute. Der war wütter. Na, nein, bitte. Nach dem Verdacht, dem musst du viel schneiden. Ich weiß nicht, der Beste ist kassiert. Ich lasse mal meine Nachbarin. Also... Thomas? Mhm. Der Bruder von Gabriel hat gerade ein Tablet in Thomas gegeben. Und ich bin da mit dem Account von Baba. Das wäre safe, ein scheiß Video wegen uns 2. Finde ich nicht. Jetzt ist mir wieder da. Schreibt mir in die Kommentare, ob er gut unterstützt hat. Ich hoffe schon. Also ich hoffe eigentlich. Das macht ein scheiß Video wegen uns 2. Machen! Fünf Töte, den es da gab. Sag jetzt vor 4. Mit der 5. Sag jetzt vor 1. Dann kann ich sie schlagen. Ey, was? Was? Was hat du kurz gesagt? Nein, nichts. Nein, nichts. Nein, nichts. Du hör nichts gesagt. Nein, nichts. Ich habe keine Linie. Ja. 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 Okay, das ist im Finale. Ich haus die Maps, die eigentlich Rund waren. Ja, nein. Die werden Rund waren im Finale. Ich habe einen Schaden. Los Tempels. Und wie heißt die... Nein, ich weiß auch nicht. Nein, ich weiß auch nicht. Nein, nein. Ich weiß natürlich, ob im Finale gefällt mir auch Lava. Mir gefällt im Finale Block. Da ist sicher ein Lerner. Rutsch kann hinhalten. Ja, Rutsch gefällt mir auch. Ramp. Aber so. In Germen. Ja, Mann. So. Wir machen im Finale. Ohne Wachfogen. Hat das gemacht, was du gerade gemacht hast. Was du gerade gemacht hast. Was du gerade gemacht hast. Und der Hemm ist eher wegen einer Sekunde mit deinem Hemm und dir mein Winkel. Bei mir ist schon mal passiert. Du warst so ein Irren. Das war ein Problem. Die Bozzi. Er muss gar nicht so lange warten, bis der den zieht. Ja. Ja. Aber bei mir war es so ein Irren. Das war ein blauer Dinosaurier. Das war genau bei der. Drei. 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 Rappel. Immer cool. Mein Video. Ich werde nicht sein. Hier ist Francis. Nein, ich ruge ihn nicht. Jetzt Autumn. Ab Istviel. Weisu idag ja rein. Н shui es wirklich. Ab Eleon. Wie ist accomplishes? Herr Rappel! Wer ist boat? Boots! Boots! Ich bin ein Boot. Ja. Ich bin ein richtig . Warte, warte. Bitte, bitte. Blöde Schwimmerin. Mein Bruder, mein Raffel. Nein, ich lasse nicht nur mit meinen Videos mitmachen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr da mal mitmachen oder nicht. Schreibt nicht, weil... Tut ihr schon zweimal so. Schaut euch die vorigen Videos mal an. Jedes Mal, wo der Raffel sagt, als wenn der Gabriel sagt, jetzt mach ich ein Video sogar. Kann ich mitmachen? Kann ich mitmachen? Kann ich mitmachen? Kann ich mitmachen? Ich muss einfach mal einen Clip machen, wie er so tut. Ja, ich glaub, mein Video ist da zu Ende. Ich hoffe, es hat dann gefallen. Auf 10 Likes macht er ein Like. Ja. Like. Follow. Vlog einschalten. Und... Folgt mir auch auf TikTok, weil Heim hat seinen Account-Text. Heim heißt der Covo Veridico. Covo unter Strich Veridico 2. Ja, er schaut meinen Account. Ich hoffe, ihr habt das Video gefallen. Tschüss Freunde. Ciao. Tschüss. Tschüss.